Arpad, Sohn des Fürsten Almos und Großfürst der Vereinten Magiarenstämme, war die führende Gestalt nach der ungarischen Landnahme und Begründer der Arpaden-Dynastie Leben. Im Doppelfürstentum Ungarn wurde Arpad nach der schweren Niederlage gegen die Petschnegen von den Fürsten der Siebenteilstämme als Nachfolger. Seines Vaters Almos in das Amt des Heerfürsten gewählt, gleichzeitig wurde das Sakralfürstentum auf Kursern aus dem Stamm der Kendeln übertragen. Die Ungarn griffen 894 auf Veranlassung des byzantinischen Kaisers Leo VI. die Bulgaren an. Arpets Sohn Levente führte den Feldzug im nördlichen Bulgarien. Im Auftrag des mehrischen Großfürsten Sventuplak kämpften die Ungarn kurz darauf gegen Pannonin. Als Sventuplak starb, nutzte Arpad im Frühjahr 895 Dekasekunden entstandene Machtvakuum, um in das Karpatenbecken einzufallen. Zeitgenössischen Berichten zufolge soll er über 20.000 Reiter verfügt haben. Gleichzeitig griffen die Petschnegen, verbündet mit dem bulgarischen Zaren Simeon, die Ungarn von Osten an, so dass ein großer Teil des Volkes aus den Siedlungsgebieten zwischen Donau und der NEPR nach Westen flow. Dort vereinten sich die Flüchtlinge mit dem Reiterherr Arpets, kämpften mit ihm gemeinsam gegen die Bulgaren und setzten sich schließlich auf Dauer im Karpatenbecken fest. Dieser Vorgang wird allgemein als erster Abschnitt der ungarischen Landnahme bezeichnet. Nachdem sich die ungarische Herrschaft in dem neuen Territorium stabilisiert hatte, unter anderem durch einen Reichstag, der 898 ins Zege Grundlagen für Reichsorganisation und Rechtspflege festlegte, begann Arpad schnell, verstärkt im mitteleuropäischen Raum zu operieren. 898-99 still fiel er auf Ersuchen Kaiser Arnulfschi erstmals in Italien ein, gewann die Schlacht an der Brenta und verheerte Norditalien. Arnulf versuchte auf diese Art den Widerstand einheimischer Fürsten auf seinem Italienzug zu brechen. Als Arnulf 899 starb, nutzte Arpad die Gelegenheit, um erneut das unter ostfränkischer Herrschaft stehende panonische Fürstentum und das höstliche Meeren anzugreifen. Dieses Mal zogen die Ungarn sich allerdings nicht mehr zurück, sondern verleibten einen Teil dieser Gebiete in ihr Territorium ein und ließen feste Plätze, unter anderem im Donautal, errichten. Von diesen neu eroberten Gebieten ging vermutlich auch die schnelle Verschmelzung der Ungarn mit der anfangs noch versklavten slawischen Bevölkerung aus, als der Sakralkönig Kursan 904 während eines Festmals an der Westgrenze Pannoniens von Bayuwaren ermordet wurde. Riss Arpad die Alleinherrschaft an sich. Mit Hilfe seiner fünf Söhne, die große Reiterverbände befehligten, besiegte er zunächst die Gefolgschaft Kursansch und besetzte danach das zerfallende Großmeerische Reich. 907 vernichtete Arpad in der Schlacht von Pressburg ein angreifendes bayerisches Heer, damit sicherte er den Ungarn das Pannonische Becken entgültig und schlug den letzten Versuch anderer Reiche zurück, sein Volk zu unterwerfen. In den folgenden Jahren begannen die Ungarn ihrerseits, Raubzüge in die umliegenden Territorien und bis weit in das Gebiet des Heiligen Römischen Reichs hinein zu unternehmen. Bis sie in der Schlacht auf dem Lechfeld im August 955 vernichtend besiegt wurden, Die Abhaden herrschten bis 1301 in Ungarn.